Hallo und einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Und bevor wir gleich erfahren, warum uns Greta vielleicht sogar das Weihnachtswetter 2020 versauen könnte, zunächst nochmal der Hinweis auf unsere Wetter.net Wetter-App für Android-Geräte. Und zwar ist diese App im Google Play Store verfügbar. Einfach mal reingehen in den Google Play Store, dort nach Wetter.net suchen und unsere App downloaden. Da gibt es alles Wichtige rund um das Thema Wetterprognose, Wettervorsagen für die kommenden 14 Tage, Wettertrends, Wetterradar. Also mal gucken, wie geht es in den nächsten Stunden weiter, wo gibt es Regen, wo gab es zuvor Regen. All das kann man sich in unserer Wetter.net Wetter-App im Google Play Store für Android-Geräte anschauen. Doch nun zurück zum aktuellen Wetter. Da kommt von Westen die böse Greta herangezogen und dieses Tief Greta, das bringt uns warme Luftmassen. Die milde Atlantikdüse, sie schlägt wieder zu und das heißt Tauwetter bis in die höchsten Lagen der Mittelgebirge. Die Temperaturen steigen deutlich an in den kommenden Tagen und es gibt immer wieder Regen. Da stellt sich natürlich die Frage, versaut uns Greta die Chance auf weiße Weihnachten? Das schauen wir uns gleich mal ein klein wenig genauer an. Zunächst aber der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag und das Kältehoch ist immer noch unterwegs. Hier über Osteuropa, über Russland, über Sibirien, dort eisige Kälte. Aber hier kommt Greta herangezicht mit viel Wärme im Schlepptau, viel Regen und teilweise auch Wind. Und diese Warmfront, die bringt uns ein verfrühtes Weihnachtstauwetter. Das sehen wir nochmal sehr schön hier auf dem aktuellen Strömungsfilm. Hier kommt Greta herangebraust und schiebt uns die warmen Luftmassen bis nach Deutschland. Es wird also sehr mild in den nächsten Tagen, teilweise deutlich über 10 Grad bis zu 15, 16 Grad sind sogar am Dienstag und Mittwoch im Südwesten des Landes möglich. Also viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und das zeigt auch nochmal der Blick auf den aktuellen Luftmassenströmungsfilm mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Da wird es nun sehr warm in den nächsten Tagen werden. Die Temperaturen liegen in 1500 Metern Höhe bei 4 bis teilweise 7 Grad. So kann es also erstmal mit Winter überhaupt nichts werden. Aber spannend wird es dann Richtung Heiliger Abend. Da kommt nämlich aus Nordwesten plötzlich kühlere Luft zu uns herangeströmt. Doch wir blicken nochmal auf die Regenwolken von Greta. Und die kommen ab heute Nachmittag über Deutschland hinweggezogen. In den Hochlagen der Alpen kann es auch mal etwas Schnee geben. Ja und der Wolken- und Regennachschub, der reißt auch am Dienstag nicht ab. Neuer Regen zieht heran und das Ganze setzt sich bis zum Mittwoch fort. Also da stehen uns ziemlich nasse Stunden, beziehungsweise sehr nasse und milde Tage bevor. Die Niederschlagsummen, die werden auch ganz schön üppig ausfallen. Vor allen Dingen im Westen Deutschlands. Da summieren sich diese Mengen teilweise auf 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Besonders im Stau der Mittelgebirge kann es eben bis Mittwoch, beziehungsweise bis zum Heiligen Abend ziemlich viel Niederschlag geben. Aber der Niederschlag, der tut dem Erdboden ja auch mal richtig gut. Vor allen Dingen die tiefen Bodenschichten sind immer noch hier im Westen ziemlich trocken. Doch dann wird es spannend. Wir schauen uns die Luftmassentemperaturen an. In 1500 Metern Höhe von morgen Dienstag nach dem europäischen Wettermodell. Und da kommt sie. Die atlantische Warmluftdüse kommt herangezogen. Tief Greta bringt uns diese milden Luftmassen in 1500 Metern Höhe. Wird es dann morgen sehr warm werden. Deutlich über 0 Grad. Und dann wird es spannend. Zum Heiligen Abend. Da dreht das Ganze. Die Warmluftdüse bricht ab. Und dann kommen eher kühlere Luftmassen hier aus Nordwesten zu uns nach Deutschland geströmt. Aber es wird nicht die ganz große eisige Kälte sein. Es reicht aber aus, um am ersten Weihnachtsfeiertag bei uns ja doch schon Temperaturen um minus 5 Grad in 1500 Metern Höhe zu bringen. Das reicht aber nicht aus, um eben auch im Flachland eine Schneedecke zu produzieren. Und man sieht ja auch schon am zweiten Weihnachtsfeiertag das Ganze schwächelt schon wieder etwas. Der Nordwestnachschub, der reißt schon wieder ab. Hier wird es schon wieder ein bisschen milder in diesem Bereich. Also ganz so kalt scheint es wohl nicht zu werden. Und gehen wir noch ein bisschen weiter und gucken mal in die Woche nach Weihnachten hinein. Der Montag, der 28. Dezember, also in einer Woche. Und da sieht man schon die richtig kalten Luftmassen. Sind das einfach nicht, die zu uns vorstoßen. Hier schon wieder die grünen Farben. Und die zeigen positive Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Da kann sich also der Winter nicht wirklich festbeißen. Weder an Weihnachten noch nach Weihnachten. Ja, es gibt Schnee an Weihnachten, aber eben nur in den höheren Lagen. Da kann es mal für eine Schneedecke reichen. Und wir sprechen hier von Höhen ab 500 Metern und aufwärts. Also auch in München kann es mal weiß werden an Weihnachten. Aber alles darunter und da leben wohl die meisten von uns. Da wird es wohl eher bei diesem nasskalten Schmuddelwetter bleiben. Und das ist noch nicht das Ganze, die ganze Geschichte. Wir bekommen auch noch Sonntag auf Montag eine sehr windige Wetterlage. Wir sehen hier schon wieder sehr schön ein neues Tief. Steht von Westen vor unserer Haustür. Und das könnte uns Sonntag auf Montag vor allen Dingen im Westen auch ein paar Sturmböen bescheren. Also es ist wirklich sehr spannend über Weihnachten. Doch eines ist weit und breit nicht zu sehen. Eine Einwinterung bis in tiefe Lagen mit Winterwetter. Es bleibt in tiefen Lagen einfach nasskalt. Der Schnee, der fällt da, wo er auch schon Anfang Dezember gefallen ist. Weitgehend in den höheren Lagen. Hier wird es weiß, aber unten eben. Da wird es wohl erstmal nicht mehr werden als nasskaltes Schmuddelwetter. Denn bis Jahresende ist auch in den tiefen Lagen einfach kein Dauerfrost in Sicht. Ja, das war es auch schon vom Wetter hier bei Wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplom-Metrologe bei Wetter.net. Und wenn euch unser Wetter-Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, wir freuen uns auch immer über ein Abo für unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Montag.